Hi zusammen und willkommen zum nächsten Manga-Haul. Ich, das tue ja so ein bisschen nachholen und aufholen, weil ich es sehr lange nicht drehen konnte. Deshalb gibt es heute den Manga-Haul von Oktober, November und Dezember 2019. Und das sind wir auch ziemlich aktuell, weil im Januar kam kaum was und im Februar bis jetzt nichts an Manga. Von daher passt das dann wieder. Ihr habt nichts verpasst. Das war zu oft. Egal. Es sind einige. Ich habe ganz schön zugeschlagen, aber gut, das sind sie auch aus drei Monaten. Fangen wir mal an mit Oktober. Da habe ich bekommen als Rezensionsexemplar. Oh Gott, das ist schon wieder so lange her. Leute, Leute. Die Rezension kommt bald. Sie ist vorbereitet, sie ist nur noch nicht gedreht, weil ehrlich gesagt, ich kam zu Nix. Leider, das ist halt alles ein bisschen ein Problem, wenn ich alleine wohne und für drei Leute arbeitet. Ja, war ein bisschen stressig. Folge wie den Wolken, Band 1 von Aki, Iri, Iri, ich weiß es nicht. Das ist sehr untypisch. Und das ist ein anderes Format. Und das ist sehr untypisch für mich, denn das ist ein Krimi mit Fantasy-Elementen. Mit einem Halbjapaner oder Japaner als Agent quasi, als Detektiv, der aber bei seinem Onkel in Island wohnt. Das heißt, Island als Kulisse für einen Manga und spannend mit ein bisschen Magie. Er kann zum Beispiel mit seinem Auto reden und sein Opa, Onkel, ich weiß gar nicht mal, Onkel oder Opa? Steht hier schon wieder nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, die haben halt irgendwelche magischen Fähigkeiten und was genau kommt da noch gar nicht raus. Ich fand es auf jeden Fall sehr gut. So viel kann ich schon mal sagen. Die Review kriegt ihr bald. Und ja, ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Das hat mich allein schon wegen Island gecatcht. Und ja, ja, lese ich halt auch mal einen Krimi. Ne? Mal was anderes. Ist ja ganz durcheinander. Ja! Oh Gott, durcheinander. Dann relativ spontan gekauft habe ich mir Kiss of the Fox von Saki Aikawa. Das ist der erste Band von drei. Jetzt ist es aber von zwei und drei auch schon draußen. Das heißt, ihr könnt die Reihe abschließen. Und diese Reihe ist die vorherige Reihe von Beast Boyfriend, was ich ja schon mal vorgestellt habe. Das habe ich ja ausgeliehen von meiner Kollegin. Und ja, die vorherige Reihe wurde jetzt auch übersetzt. Und ja, da die nicht so lang ist, weil Beast Boyfriend hat 16 Wände, dachte ich mir, ich probiere es mal mit der. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, dass das Romantasy ist, weil es ist ein Fuchsjunge. Muss ich nichts zu sagen, glaube ich. Uah! Jetzt werfe ich den Manga. Oh Gott. Ich mache ja sowieso Reviews dazu. Deswegen sage ich einfach zu den Manga an sich nicht so viel. Danach habe ich bekommen, da werdet ihr definitiv auch ein Manga-Update bekommen, weil ich habe mir nicht vorgenommen, wenn ich euch gleich die ganze Reihe lese und als Reihe vorstelle, dann mache ich ja zuerst Bänden als First Impression vom ersten Band, damit ihr mal wisst, dass dieser Manga existiert. Und ich habe mir gedacht, von Folgebänden mache ich Manga-Updates. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Das verlinke ich euch mal. Und da werden jetzt zum Beispiel auch die reinfallen, das sind nämlich Folgebände. Das wären als Rezensionsexemplare übrigens, also Kiss of the Fox habe ich selber gekauft, das sind jetzt wieder Rezensionsexemplare. Und zwar habe ich hier einmal The Case Study of Vanitas Band 3. Das ist ja eine Vampir-Story und der Nachfolger von Pandora Hearts. Von, wo steht es denn eigentlich drauf? Von Yon Mochizuki. Dann Im oder Im, aber was heißt eigentlich Im, Great Priest Imhotep. Ja, der hohe Priester Imhotep, der eigentlich weggesperrt war, wurde wiederbelebt im modernen Japan. Und er muss Dämonen einfangen. Und was er mit diesen Dämonen so, ja, zu tun hatte, das erfahren wir ganz viel hier im zweiten Band. Fand ich sehr cool. Und es erinnert mich so sehr an Yogi Ono ohne Karten, das finde ich sehr cool. Und dann habe ich noch die Wahlkinder Band 2. Soweit ich mich erinnere, ist das dann ziemlich bis zum, ja doch. So, so, der Anfang hier ist dann ungefähr so weit, wie ich beim Anime geguckt hatte. Aber ich mag den Anime ja nicht. Ich mag den Manga lieber. Und, ja. Ich habe jetzt einiges Neues erfahren. Werdet ihr im Manga-Update dann erfahren. So. Das war es mit Oktober. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, richtig, 6 Manga gekauft. Dann kommen wir jetzt zum November. Da hatte ich 3 Zugänge. Und zwar Devil Rock Band 2 und Band 3. Und Devil Rock ist der, ich meine, Vorgänger von Beast of Abigail, der jetzt übersetzt wurde. Vielleicht ist es auch der Nachfolger. Aber ich meine, das war der vorherige. Bin mir nicht 100% sicher. Auf jeden Fall, guckt euch die Zeichnung an. Diese sieht einfach aus wie eine Rocker-TV-User. Ich muss das lesen. Es ist zuckersüß. Und zwar geht es auch um so eine Punk-Rock-Band, die Dämonen austreibt. Oder so. Klang interessant. Habe es noch nicht gelesen. Werdet ihr bald sehen. Ähm, ja. Und als letztes habe ich mir dann keinen Manga unbedingt, sondern eine Comic-Anthologie gekauft. Von World of Warcraft. Äh, tatsächlich kannte ich die Comics schon. Das war mir vorher nicht bewusst, weil das sind die gleichen, wie auch digital auf der Homepage zu sehen sind. Und zwar zu... Also sagen wir so, es kamen ja eigentlich immer ganz viele Comics raus. Und das hat dann irgendwann aufgehört. Also Fluch der Worgen war, glaube ich, so das Aktuellste zu... Cataclysm. Dann kam Perle von Pandaria zu Pandaria. Und dann kam nichts mehr. Und das hier behandelt jetzt quasi Wallows of Draenor. Mit den drei Comics Gul'dan und der Fremde. Schwarzfaust und Blut und Donner. Dann World of Warcraft Legion. Oder Legion. Ähm, mit vier Storys. Einmal Magni, zerschlagener Stein. Dann die Nachtgeborenen, Zwielicht von Suramar. Story 3, der Hochberg, ein gespaltener Berg. Und Story 4, Anduin, Sohn des Wolfs. Und es hat auch noch Battle for Azeroth mit drin. Mit drei Storys. Einmal Jaina, Heimkehr. Dann Magni, der Sprecher. Und Windläufer, die drei Schwestern. Das war auch der aktuellste Comic, der digital erschienen ist. Das heißt, damit sind wir wieder aktuell. Ich finde es ein bisschen schade, dass das so viele Storys in so einem kleinen Büchlein sind. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Auch wenn ich sie teilweise schon gelesen habe. Aber es musste in die Sammlung. Ich glaube, ihr versteht mich. Weil diese Comics, die werden unfassbar teuer. Sie wurden jetzt danach gedruckt, zum Glück. Deswegen die Preise von, weiß ich, 150 Euro pro Dings sind wieder gefallen. Dann sehen wir ihn dann noch. Deswegen muss ich mir den kaufen. Und dann kommen wir jetzt zum Dezember. Das sind theoretisch nur drei Reihen bei mir eingezogen. Oder Bücher, Manga von drei Reihen. Aber ich habe mir gekauft. Bloom Into You. Band 2. Band 3. Band 4. Und Band 5. Ich habe es gesuchtet wie eine Irre. Und jetzt könnte ich weinen, weil es ewig lang nicht weitergeht. Dieses Jahr kommen bloß ein oder zwei Bände noch raus. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich raste aus. Das ist eine Girls Love Geschichte. Wobei wirklich eher Romance. Ich wollte Romance, dass ich sagen kann. Nein, Fantasy ist nicht drin. Eine Romance Geschichte mit zwei Mädels. So kär süß. Und es hat aber auch was mit Aromantik, Asexualität und so zu tun. Kommt nämlich auch drin vor. Es sind ja nicht nur die zwei. Und auch Familiendrama, Traumata, Selbstwertprobleme und Druck, Stress von außen. Es geht so deep. Es ist so toll. Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Es ist super. Ja. Aber mehr dazu in der Review. Auch wenn ich jetzt schon sehr viel gesagt habe. Dann habe ich mir geholt Sengoku Vamp Band 5. Weil ich von Egmont nämlich keine Antwort gekriegt habe. Ja. Jetzt kann ich die Reihe endlich beenden. Ich muss sie eh rereven. Und dann stelle ich sie euch mal komplett vor. Ich habe sie aber schon mal eins mal vorgestellt. Und dann ging die Sucht weiter. Ich habe in einen Manga reingelesen, wo ich gucken wollte, ob der was für mich ist. Und dann ist Band 2 eingezogen von Deine Wundersame Welt. Und Band 3 ist eingezogen. Und Band 4 ist eingezogen. Und Band 5 ist eingezogen. Und der besonders dicke Band 6. Der Abschlussband. Ihr könnt euch denken, offensichtlich war die Reihe gut. Weil ich habe dann immer in der Mittagspause eins gelesen. Oh mein Gott, ich muss auch in der Mittagspause lesen. Schnell den nächsten Band gekauft in der nächsten Mittagspause. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, nächster Band. Nächste Mittagspause. Ja. Ich habe die sehr weggesuchtet. Mal gucken, was ich die vorstelle. Aber ich kann es empfehlen. Es ist High Fantasy. Es ist süß. Es ist romantisch. Es ist dramatisch. Es ist actionreich. Es ist toll. Es ist einfach toll. Es erinnert mich an Fushigi Yugi. Es ist toll. So. Das war es mit diesem Manga Haul. Wir sind jetzt wieder aktuell. Ich habe noch einiges vorzustellen. Freut euch drauf. Aber ich möchte halt erstmal die ganzen Hauls und so vorbereiten. Drehen. Auch auf dem Lifestyle-Kanal. Die Fashion Hauls. Alles, was so eingezogen ist, möchte ich jetzt mal abdrehen, damit ich es verräumen kann. Und dann habe ich Zeit und Ruhe und Muße, um dann die ganzen Reviews zu machen. So. Nur damit ihr es schon mal wisst. Ja. Ihr dürft mir gerne sagen, was bei euch eingezogen ist. Wie ihr die Sachen findet. Was eure Highlights gerade sind in Sachen Manga. Gerade im Fantasy-Bereich. Und auch sonst. Genau. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Ein wunderschönes 2020. Und freut euch auf die nächsten Videos. Und habt keine Angst vor Reviews. Ja. Weil ich mache hier keine Lesemonate. Maximal jetzt die Manga-Updates. Aber halt nur zur Folge wenden. Und der Rest landet in den normalen Einzel-Reviews. Damit ihr immer so häppchenweise meine Lesemonate habt. Genau. Jetzt rede ich mir wieder um Kopf und Kragen. Egal. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Lesen. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder dabei sein möchtet. Ciao. Bye. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Untertitelung. BR 2018